Also das Privatleben verbringe ich hauptsächlich im Auto sozusagen, ja. Aus diversen... Ja, so in etwa war gar nicht schlecht. Und ich habe keinen Facebook-Account und auch keinen Twitter-Account. Und ich blogge seit, ich glaube, 25 Jahren jetzt oder so. Nein, das stimmt natürlich nicht, sondern ich sehe das noch so ganz nebenher als tatsächlich eine Form des, in Anführungszeichen, Tagebuchs. Ich bin ja eigentlich bildender Künstler und zeichne viel und verwende die Sprache eigentlich auch gerne als Collage oder als gespieltes Medium teilweise in diese Richtung, teilweise in die andere. Okay, also meine Orte sind sowohl urban als auch Waldrand oder Wald oder Autobahn. Und die Tochter lebt in Freiburg und ich bin oft hier und dann aber auch in Nürnberg und so weiter. Gut, also 9. September 2008. Das sind so kleine Fetzen hier. Die Ursel. Dieser Tage beim Grillieren berichtet die Ursel, recht reich geschieden, so wie mit drei gesunden, erwachsenen Kindern und immer noch frischem Aussehen vom neuen Leben beschenkt. In der Mimik wichtig und nach einigem Genuss von Fleisch und Wein über ihre ganz privaten Nachforschungen, wonach der Mensch im Durchschnitt wesentlich mehr Spinnen im Schlaf unbemerkt verschlucke, als gemeinhin angenommen. Sie gehe derzeit von ungefähr etwa 30 Tieren pro Menschenleben aus. 6. Dezember 2006. Das Taxispiel. Das Taxispiel ist eigentlich sehr einfach. Man setzt sich ins Auto und es kann losgehen. Wer ein Taxi sieht, ruft Taxi und hat einen Punkt. Taxistände zählen übrigens nicht. Das ist unfair. Ebenso Taxis, die im Rückspiegel fahren oder hinter einem oder doppelt zählen. Wer am Ende die meisten Punkte hat, der hat gewonnen und bekommt dann einen halben Erwachsenen-Kaugummi. Das Taxispiel ist ein sehr schönes Spiel, ebenso übrigens wie das ganz ähnliche Spiel Tiere werfen. 18. Januar 2011. Beim Rennen. Beim Rennen durch den tiefen Wald kam mir heute der Gedanke, dass im nächst vorhandenen Zoo ein Schneeleopard ausgebrachen sein könnte, der nun ausgerechnet mich als Beute ausgemacht hat, irgendwo versteckt im dichten Tannen. Wie er mich schon eine Weile mit seinen gelben Augen beobachtet, während sich seine Magensäure bereitstellt und seine Muskeln warm zittern. Was ich wohl tun würde? Können Schneeleoparden eigentlich klettern? Ich denke mal, vor allem das können sie klettern. Oder wenn stattdessen zweiträchtige Wildschweinweibchen von mir aufgeschreckt auf mich losgehen würden, hinter der nächsten Wegbiegung. Vielleicht aber auch ein durchgeknalltes Fuchspärchen, beide Tollwut positiv, welches wie wild hinter mir herrennt, dabei immer näher kommt, um mich wie von Sinnen zerfleischen zu wollen, als letztes Festmahl sozusagen. Und ausgerechnet dann ist kein schneller Baum in der Nähe, den man erklettern könnte. Füchse können nicht klettern, da bin ich mir recht sicher. Und auch ein weiterer Sprung über den Bach, Hül finde ich, da Füchse gut springen können. Das nehme ich jetzt mal an. Und ihnen ein Bach wahrscheinlich sowieso egal ist, zumal in tollwütigem Zustand. Was also würde ich machen wollen in dieserlei Situation? Wo und wann wäre mein Latein am Ende? Da begegnet mir mein Doc. Jedenfalls stelle ich mir das vor. Eigentlich ist er ja schon eher ein Freund. Er sagt, ich solle mal kurz anhalten, was ich dann auch tue. Ich tue alles, was mein Doc sagt. Er sagt, ich hätte dummerweise nur noch ungefähr drei Monate zu leben. Das habe die Untersuchung ergeben. Es täte ihm schon irgendwie leid, aber so sei das Leben eben. Er lächelt, klopft mir noch auf die Schulter und verabschiedet sich Augenzwinkern mit dem Hinweis, im nächsten Quartal würde er mir, na klar, die Praxisgebühr erlassen. Und während ich noch über die gesparten 10 Euro im Weiterrennen nachdenke, jetzt heftiger atmend, da ich mich nun bereits auf der langen Steigung befinde, vorbei an dem kleinen Teich, aus dem ich komische Wesen anblicken, die mir kleine zischende drei Sterne hinterher schleudern, kommt mir an der Biegung bei der kurischen Nährung plötzlich ein Pferd entgegen, ein Schimmel natürlich, sattel- und zügellos geritten, von einem sehr hellhäutigen, unbekleideten Zwitter, also nicht Zwitter, sondern Zwitterwesen mit vorne schönen Brüsten und stolz erhobenem Gemächt am Rücken mit wattigen, eher hochformatigen Federflügeln ausgestattet. Hört das denn nie auf, denke ich, jetzt bloß nicht stehen bleiben, am besten ganz unbeteiligt tun, und da erkenne ich die kleinen weißen Kabel zu den Ohren, der, oder der, des Fee, aus der Ferne ertönt von eben der sphärische Technomusik. Das Wesen beugt sich zu mir vom Ross hinunter, im Vorbeischreiten und flüstert mir mehr als freundlicher geradezu erotisch keck und kichern zu, hey Schneck, alles wird schon werden, wa? Mach dich doch mal locker, hihi, warst du doch früher auch. Und entschwindet talwärts in die Lüfte genauso schnell, wie es aufgetaucht war. Was für ein blasierter Heini, denke ich. Nach einigen Metern drehe ich mich dann noch einmal vorsichtig um, nein, kein Leopard, kein Hermaphrodit, keine Killerfüchse, weder Dock noch Wildsäue. Beschließe nun doch ein Stück zu gehen, nach diesen ganzen Erlebnissen, die Steigung liegt hinter mir und zur Mittagsseite hin sieht man schon die große Lichtung. Da höre ich die Spechte. Wie muss das wohl für die Made sein, oben im alten Ast der Kiefer, denke ich mir. Sie, die Made, bemerkt plötzlich, sich eben noch sicher glaubend angenehm Winter verpackt und gemütlich eingeschlossen in ihrem warmen Kämmerlein unter der Rinde oder in einem Fraßgang, dass sie entdeckt ist. Sie zieht sich panisch zusammen, überlegt fieberhaft, was zu tun sei jetzt. Angstschweiß steht ihr auf der Stirn, sie ahnt aber schon, sie wird das nicht überleben. Niemals wird sie ein Falter werden, niemals durch den warmen nächtlichen Wald dem Mond entgegenfliegen können, in der Nase die Düfte der Liebe und Herr Jede, aber er ist doch bereits ein großer Teil des Winters schon so gut überstanden. Sie hört das Meißeln des spitzen und scharfen Schnabels und sie ist sich sicher, diese Bemühungen dienen einzig dazu, sie umzubringen. Ihr Mörder weiß nun, wo sie steckt und es ist nur eine Frage der Zeit, wann er sie töten wird. Sie sucht nach einem Entkommen, sie ruft nach Hilfe, aber ihr ist klar, es gibt keinen Ausweg mehr, es ist vorbei. Sie denkt an Selbstmord, aber wie? Endlose quälende Minuten vergehen, der Specht macht Pausen, er weiß, sie kann nicht entkommen, immer näher kommt das Pochen, bis sie schließlich die kleine Öffnung sieht, Licht fällt hinein in ihre Höhle und noch ein letzter Hauch seltsamer, frühlingshafter Luft. Ach, es hätte doch alles so schön werden können. Dann die Schnabelspitze. Das ist ordentlich grausam, ist schlimmer als ein schwedischer Psychopathenkrimi und es ist auch immer wieder erstaunlich, was diese durch einfache Rennbewegung freigesetzten Botenstoffe im Zentralgang leeren so alles bewirken können. 28. September 2010 Lösegeldkoffer Während eines ausführlichen, vormittäglichen Fußweges entlang einer Landstraße stellte ich mir heute vor, wie es wäre, würde ich einen an der Leitplanke abgestellten und mit fahrig herausgerissenen Grasbüscheln notdürftig getarnten Lösegeldkoffer voll mit gewaschenem Gelde auffinden. Und beim Anmichnehmen des Koffers, so stellte ich mir weiter vor, würde ich aus einem Versteck heraus beobachtet werden. 15. November 2006 Gürkchen Traum Nach einem halben Tiefschlaf beim Mittagsschlaf Es gibt irgendwo in ländlicher Umgebung, Harz, Schwäbische Alb, eine Tiefenbohrung. Wir, ich bin nicht alleine, stehen alle freundlich gestimmt vor einem Loch, etwa in der Größe oder des Durchmessers eines Tesa-Paket-Klebebandes. Und es geht nun in diesem Loch 3000 Meter geradezu in die Erde. Ich habe eingeladen, und es ist mir sehr wichtig, dort hinein ein Gürkchen, eines aus den 1A-Gläsern, also ein leckeres, ganz kleines, eingelegtes Essig, hineinzuwerfen. Ich darf das vornehmen. Wir alle schweigen gespannt. Ich werfe und wir hören nach endlos langer Zeit ein leises Plitsch. Wir alle wissen jetzt, dass dort in 3000 Metern Tiefe soeben ein kleines Cornichon angelangt ist. 29. Mai 2011 Professoren Buckel Die Nachbarin wirft, sich unbeobachtet wähnend, eine vertrocknete Schnecke über Hecke und Gartenzaunen. Ich werfe diese umgehend zurück, wobei mir egal ist, ob sie mich dabei beobachtet. 6. Februar 2008 Schnuppe Der Februar schleicht sich mit seinem Gebläse an Schläfen aus Eis, die immer dünner. Die Schluchten der Häuser, die Wiesen so kalt, es ist so wie früher, ahnt Schnitters Fräse. Es nahen die Wochen die schwersten im Jahr, die Keller sind leer, der Zapfen verkocht. Mag sein, es ist Bullshit, mag sein, es ist Mist, ich frage mich dennoch, wer du denn wohl bist und habe dich immer gemocht. Ich kann nun die englische Küste schon sehen, sieh dich fern am Deich mit frierenden Zehen. Jetzt drehst du dich um und ich drehe mich fort. Nein, bleib, nein, geh, ich bleib, nein, ich geh. Es muss sein, alles verwehendes Wort. Die Suppe, sie ist gelöffelt, wie wir einst löffelten. Das ist mir Schnuppe. Doch Shanghai, Toronto, Mombasa, Athen, ich werde dich überall wieder. Ob spüren, ob fühlen, im Liegen, im Stehen, dich und dein ewiges Mieder. Ich lass uns nun ziehen auf nimmer Comeback und werde dich vergessen in Rio, dich und dein ewiges Trio. Der Februar schleicht sich mit seinem Gebläse, kein Schnitter, kein Hafen und auch keine Fräse. Versuchen werde ich's in Rio. Ach, es ist selbst dort ohne Zweck, denn du bist die eine, du warst mir ein Licht. Auch der ewige Zapfen vergisst das nicht. Und der März? Er wird kommen und seine Wonnen, ich lass uns nun ziehen auf nimmer Comeback. Der Zapfen verkocht, die Hoffnung zeigt Blesse, doch freut sich aufs Wiedersehen einst Schneck. Vielen Dank.